Julian Bam hat ein neues Video gemacht. Ich wusste gar nicht, dass er Videos macht. Kommt, sollte der sich nicht vorbereiten auf die Dings-Videos, die jetzt kommen? Wird das so eine Oliver Pocher-Folge jetzt? Hallo meine Freunde. Zum Ende des Jahres möchte ich die Gelegenheit haben, ein letztes Mal zu euch zu sprechen. Ein letztes Mal in diesem Jahr. Aber auch ein letztes Mal auf diesem Kanal. Das war vor drei Jahren und das war vor einem Jahr, Freunde. Hä? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Spaß, ich hab mir natürlich Notizen gemacht. Aber diesmal, meine Freunde, ist es wirklich soweit. Kein Bluff. Genug der Lügen, der Ausreden, der Flunkereien. Hier ist ein Bild von der Zahnfee, Alter. Mein Dingensier, mein Cousin, der Meister im Scheitern beim Poolbau. Der hat ja schon in einem seiner Videos erzählt, die Hauptvideos kommen. Er hatte auch erzählt, dass Ziegen, ähm, schimmeln. Aber vor allem auch, August. Das war cool, das war auch ein bisschen frech auch so. Aber ich bin, ich bin auf einst Gönnergy, ja. Ich bin anders als mein Cousin. Ich muss damit auch hören, ey, ganz ehrlich. Ich spalte mich hier sonst in zwei einfach, aber ich... Ich hab keine Ahnung, was er meint, worum es geht. Ich bin vollkommen raus. Da ist so komplizierte Sprache mit Cousin und so. Ich bin schon verloren, tut mir leid. Ich gebe euch jetzt hier ganz exklusiv extra für euch einen Frame, aus dem bereits gedrehten in 3, 2, 1, du. Und von solchen High-Quality-Frames erwarten euch bald 35.000 weitere. Aber dazu später mehr, alles der Reihe nach. Ja, wir spulen erstmal nochmal ganz gut zurück. Ja. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, was ihr Zuschauer sehr interessant fandet und worüber sich parallel aber die deutsche Filmindustrie so ein bisschen sehr uneinig war. Mein Kostenvideo. Ein Video, wo ich euch... Ah, sein Steuervideo... Nee, er meint nicht sein Steuervideo. Hä? Sein Kostenvideo. Ah, nee, wo er die Kosten für die Produktion gemacht hat. Das haben wir auch gesehen. Sehe geil. ...herunterbrechen wollte, wie viel Kohle in unsere Hauptvideos reinfließt. Ja. Und das Video hatte dann einfach eine Million Views mehr, als ich dachte. Nämlich 1,1 Millionen Views. Es wurde Philosophie debattiert. Es wurde gestritten. Mehr auf jeden Fall, als ich dachte. Auf einmal wirklich alle Buchhalter und alle irgendwie Investmentbanker geworden. Ist ja auch voll okay so. Ich mache das ja, ich erwische mich ja selber auch dabei, dass ich solche Sachen mal schon mache. Ey, was ich da gehört habe. Von wem und wie und wo. Manche in der Filmbranche meinten einfach so, das ist Quatsch. Einfach so, als ob diese Filme so teuer sind. Einfach alles melodramatisch übertrieben. Und manche meinten so hingegen, ja, aber hey, das ist doch viel zu wenig. Wie soll diese Qualität da irgendwie erschaffen werden durch so wenig Budget? Manche riefen halt Übertreibung, manche murmelten so viel zu wenig und ja, die ganze Zeit war es zu teuer, zu billig. Und ich kann euch eins sagen, für jemanden, der von YouTube kommt, es war zu viel, Freunde. Sowas Hässiges kann mir auch einfach nur Straubel schenken, ne? Alter. Was soll ich sagen, Freund? Ihr wisst, wir denken groß, wir träumen einfach und ab und zu hat man manchmal einfach so das Budget aus dem Auge verloren, so. Wie immer. Ihr wart ja quasi in den letzten Jahren auch live auf YouTube dabei, wie die ganze Energie und das ganze Geld einfach immer und immer wieder in unsere Filmprojekte floss. Also ich nicht. Ist ja auch voll geil, ne? Von mir. Aber kürzlich schon. Aber nicht die ganze Zeit. This is the best investment ever, ganz ehrlich. Vom Kopf her sind wir manchmal immer noch so einfach voll die YouTube-Klicke. Aber technisch gesehen, seit den letzten drei Hauptvideos, nicht mehr. Wir sind einfach irgendwann, ohne es zu merken, erwachsen geworden. Also professioneller geworden auch. Wir kommen ja aus der YouTube-Welt, wo ein Kostüm auch einfach mal scheiße aussehen kann. Oder auch muss. Wo unsere Wiese aus einer Tube Transparentpuder bestand, wenn überhaupt. Und das Licht nur mit unseren drei kaputten LED-Panels dauerhaft gesetzt wurde. Wie schön das einfach auch ist, ne? Wie krass wir in unserer Welt gewachsen sind, dass teilweise auch Kostüme heute maßgeschneidert sind. Professionelle Menschen uns für die Kamera schön make-upen. Wir richtige Oberbeleuchter haben, die wissen, wie man Licht setzt. Runner, die unsere Skoliose zersetzen, Rücken ein bisschen entspannen. Und viele, 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 viele mehr. Die Lernkurve, ne, die war nicht so, die war gar nicht eine Kurve. Die war so senkrecht nach oben einfach. Für so viele, für alle von uns hier im Team so, ne? Teilweise hat man vor lauter Rauch aus dem Kopf einfach nichts mehr gesehen. Vorher waren wir in einem Planschbecken, haben da ein bisschen gespielt. Auf einmal auf offener See, wir mussten alle auf einmal das Schwimmen lernen. Wir sind halt alle nicht so als Profis geboren worden. So ist normal. Aber komplett dankbar an der Stelle, dass wir so viel lernen dürfen, ne? Durch diese ganz, das riesige Projekt einfach so von... Ich finde es immer, ich finde es immer eher, ich habe immer den Eindruck, als wäre das Belastung. Also, immer wenn ich davon gehört habe, wie aufwendig diese Produktionen sind, hört sich das alles immer eher so an, als wäre es etwas, das man sich antut. Etwas, das man sich nötigt. Etwas, das man macht, weil andere das wollen und nicht, weil man das selbst will. Viel Zeitdruck, viel Stress, viel Kosten. Und es lohnt sich am Ende halt eher nur bedingt. Fehlern, ein bisschen zu erfolgen. Einfach danke für diese Möglichkeit. Ich weiß, es ist ja kitschig, ja. Aber trotzdem, ich finde es auch wichtig, dass man sich das manchmal bewusst wird. Was ich eigentlich sagen will. Wir sind keine kleine Truppe mehr, die an irgendwelchen YouTube-Clips bastelt. Mittlerweile werkeln bis zu 110 Menschen an den letzten Hauptvideos. Großartige Menschen, wirklich. Großartig wie anders, genau gegenteilig groß. Fast so belastend wie Sinanjis Festplatte. Hast du heute nicht schon 20 Sinanji-Sprüche gemacht? Nee, Thomas Gast. Ah, nee, hier. Sinanji bekommt jetzt FOMO. Sinanji hört neidisch zu. Bro, was ist los? Was ist los? What the fuck is hell? What the fuck? Großartig wie Minoridimitis an meinem Arm. Was jetzt zu einer Pollen-Saisonzeit einfach immer wieder ausschlägt. Ich hasse es. Hier sieht man es nicht, weil ich hier tätowiert bin. Leute, lasst euch tätowieren. Spaß. Aber nochmal zurück zu diesen großartigen Menschen. Wirklich, da sind so viele Leute dabei mit so viel Leidenschaft, mit Passion, Lernbegierige, Neueinsteiger, aber auch sehr viele Freunde, die mich seit teilweise Jahrzehnten begleiten, die einfach schon seit 10 Jahren am Start sind. Aber auch Menschen, die teils erst dieses Jahr dazu gekommen sind und ihren Platz innerhalb dieser Reise gefunden haben. Und all diese Menschen vereint, ja, die haben nicht nur Bock, einen Blockbuster zu kreieren, sondern sie sind auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es überhaupt ein Blockbuster wird. Ich sage ja ziemlich oft, es geht nicht nur um Julian Bam, sondern es geht um einfach ein riesiges Team von Bockhabern, von leidenschaftlichen Filmemachern. Deswegen bin ich immer sehr happy, dass, wenn ihr mal Lob aussprecht, ihr das dem ganzen Team schenkt. Also, aber ja, wo war ich? Aus Fehlern und Erfolgen lernt man. Ihr liebt ja Zahlen, ne? Also ich liebe auf jeden Fall Zahlen. Deswegen mal nur kurz zum Vergleich, ja? Die Produktion von der letzten Song aus der Bohne und die letzten Märchen in Asozial plus Santa Spin-Off plus Osterhase Spin-Off hatte uns schon so ein hübsches Sümmchen gekostet, ja? Die letzten Märchen in Asozial-Filme haben uns circa 200k gekostet. Die letzte Song aus der Bohne-Reihe plus Osterhase Spin-Off plus Santa Spin-Off haben circa 600.000 gekostet. Alter. Roundabout. Und 2023 hat einfach schon 900, über 900.000 Euro gekostet. Guck mal noch, Demi, das verschwindet direkt bei dieser Zahl. Die hat einfach keinen Bock einfach. Ich sag's mal so, so. Es ist schon, es macht schon Bock für so nicen Shit Geld auszugeben. Say. Für die Leute, die sich fragen, was, letztes Jahr über 900.000, aber ihr habt ja noch drei Videos hochgeladen oder was auch immer so, ne? Nur für die Leute. Naja, wird wahrscheinlich auch vorgestrickt sein für andere Projekte, oder? Wir haben letztes Jahr auch schon einiges abgedreht für dieses Jahr. Der vorhersehende Boss. Was ihr dieses Jahr auch sehen werdet. Ja, das sind dicke Summen, die auf Dauer auch keiner zahlen kann, ja? Und das auch nochmal begleitet von Sorgen und auch Unsicherheiten, die auch erstmal komplett neu waren, ja? Dadurch gab's dann auch Entscheidungen, die ich rückblickend auch auf jeden Fall anders getroffen hätte. Ich sag's euch, ne? Die Hauptvideos sind wirklich eine reine Selbstverwirklichung. Aber auf der anderen Seite auch eine extreme Selbstfindungsphase, ja? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich daran so krass wachsen darf, so. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich viele Freunde habe, die mich immer wieder manchmal zurückholen. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr teures Hobby. Sehr, sehr teuer. Ich sag's mal so, ne? Ich verstehe nicht, warum sich Leute das antun. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Also das ist ja, das geht ja weit über YouTube-Videos machen hinaus. Hallo? Das sind meine ganzen Zahlen. Das hat so reingeschallert teilweise. Teilweise sogar so sehr, dass ich im Januar dieses Jahr da saß und mir gesagt habe, hallo? Hallo? Hallo Gehirn? So, sagt das nicht in meinem Herz. Aber ich glaube, ich muss diese Hauptvideoreihe, ich muss sie abbrechen. Ja. Also, müsst ihr euch mal vorstellen. Am Anfang des Jahres dachte ich mir, dass ich hier sitzen werde und ein Video aufnehmen werde, in dem ich erkläre, dass diese ganze Reise finanziell nicht mehr stemmbar sein wird. Natürlich kann man hier und da immer wieder, immer wieder Abstriche machen und immer wieder kleiner werden, kleiner werden. Aber ich glaube, dann reden wir nicht mal von Selbstverwirklichung. Wir reden nicht mal vom Filmemachern, von der Leidenschaft, die einfach dahinter steckt, die das Ganze eigentlich so krass auch antreibt. Ihr wisst selber, es geht ja nicht ums Reichwerden so, ne? Es geht darum, seinen Traum, Filme zu machen, zu erfüllen. Und das tun wir ja auch. Und es geht ja auch darum, diese große, verzwickte Geschichte, ja? Für euch, für unser Publikum, ja? Zu einem gebührenden Abschluss zu bringen, so, ja? Wir teilen das ja mit tausenden von Menschen. Ja, es ist schon wild hier. Aber es gibt ja irgendwo bei allen Dingen immer eine Grenze, ja? Oder eine finanzielle Grenze. Und deswegen kommen wir zu unserem Hauptsponsor. Raid Shadow Legends, Freunde. Nein, Opa, es war eine Joke. Tatsächlich haben wir neben unseren sehr treuen, sehr, sehr, wirklich sehr treuen digitalen Ritter NordVPN einen weiteren Sponsor, der uns ermöglicht, einen Lizenzdealer einzugehen. Ein Sponsor, den viele von euch kennen. Immer? Und zwar Freebie. Wer? Ein Lizenzdeal, wohlgemerkt. Ja, ein finanzielles Auffangbecken. Das uns ermöglicht dieses Jahr mit viel... Ah, Amazon. Okay. Weniger Kopfweh, Sorgen oder auch Magen, Darm, ja? Aus der Medienbranche, das ist Passion. Ohne Passion geht das nicht. Ohne Drehtage sind... Denn Drehtage sind nicht normale Achtstundenjobs, sondern teilweise bis zu 20. Ich kenne einen guten Kollegen, also ich habe einen ehemaligen Kollegen, der mir von seinen Drehtagen im Privatfernsehen erzählt hat. Und ich habe den immer wieder gefragt, warum machst du das? Und er hat gesagt, weil ich meine Miete bezahlen muss. Und ich so, aber warum machst du nicht was anderes? Und er hat gesagt, ich habe nichts anderes gefunden, das ist schwierig. Und ich so, aber warum machst du denn das dann? Und er so... Bruder... Frag mich nicht. Frag mich nicht. Und das war nicht Ehrensache tatsächlich, es war jemand anders. Du siehst so viele Sachen, die man in anderen Jobs nicht sieht, das ist schon geil. Ja, man sieht so, man sieht deinen eigenen seelischen Verfall. Also ich weiß nicht. Diese Hauptvideos zu Ende zu erzählen. Freebie, für die, die es das erste Mal hören. Freebie gehört zu Amazon. Dort kann man wie bei YouTube gratis Videos schauen. Ihr braucht nur ein gratis Amazon-Konto. Ey, wir stehen hier bereits sehr lange im Austausch mit Amazon. Und wir sind wirklich sehr, sehr happy, dass wir uns hier einigen konnten. Freebie hat ja letztes Jahr auch für Einzelkritik abbekommen. Und ich verstehe das auch total, dass man jetzt vielleicht als Fan unserer Arbeit irgendwie Sorgen hat. Dass wir das kreative Ruder aus den Händen geben. Dass wir jetzt vielleicht weniger Freiheit über unsere Uploads haben. Stimmt, hat da nicht Seven vs. Wilde irgendwer die Rechte verkauft? Oh mein Gott, das war ja übelst der Clusterfuck. Vielleicht die Inhalte irgendwie ändern. Aber so ist das gar nicht. Es ist alles Selfmade und es bleibt auch immer Selfmade. Wir bleiben dasselbe Team. Die Geschichte wird von uns immer noch weiterhin geschrieben, organisiert, geplant, gedreht, geschnitten und so weiter. Wie auch in den letzten Jahren schon. Es gibt aber dennoch ein paar Bedingungen, Vorschriften von der Plattform selbst. Ja, ich glaube, das kriegen wir aber hin. Das wird ihr ja gar nicht merken. Also John zum Beispiel, der müsste von einem anderen koreanischen Darsteller ersetzt werden. Was ich natürlich sehr schade finde. Ich glaube, jeder findet das schade. Die magischen Bohnen, die sind jetzt so kleine Regenwürmer, die so ganz schnell sind. Und es geht auch gar nicht mehr so richtig um den Mann im Mond, sondern eher um den Mann im Mann. Oder da kann ich ja spontan bessere Geschichten erzählen. Ähm, Spaß natürlich alles. Alles nur Spaß, Freunde. Das ist alles nur Spaß, Freunde. Hallo, sag Hallo. Sag Hallo. Es ist wie gesagt ein Lizenzstil, ja. Kein Produktionsstil mit Produktionsbudget, ja. Also ihr Zuschauer braucht sich gar keine Sorgen machen, so. Es bleibt alles beim Alten. Und das bedeutet auch, dass wir das kreative Steuer so fest in den Händen halten werden, so wie es auch schon bei alten Projekten immer der Fall war. Das Einzige, was sich dann tatsächlich doch ändern wird, ist, äh... Also John muss ersetzt werden durch einen chinesischen Darsteller. Nein, das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir uns jetzt auch auf einer anderen Plattform aufstellen können. Weil, ne, Amazon sich ja das Recht eingekauft hat, unsere Videos... Die werden zuerst bei Amazon veröffentlicht. Zwei Wochen vor YouTube Upload auf ihrer Plattform Freeview und Prime zu streamen. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem auch weiterhin auf YouTube aktiv seid. Auf beiden Plattformen, Freunde. Und ich denke, für die gemeinsame Live-Premiere und für den Austausch finden wir uns natürlich wieder in den Kommentaren bei YouTube. Okay, das heißt, das wird wieder... Oh, krass. Also das heißt, man kann es dann erst reagieren, wenn es zwei Wochen später... Ja. Dort hat unsere zwölfjährige Reise ja auch begonnen und dort wird sie auch ihr Ende finden, Freunde. Und mit dieser Serie wird dann auch der YouTube-Kanal Julien Bam beendet. Das wird das React-Game massiv schaden. Ich weiß nicht, ob sich da immer noch so ein Gefallen mit tun. Ach, scheiß auch auf Content-Creator, die reacten jetzt mal ganz ehrlich. Du hast... Also der... Man hat natürlich einen Vorteil mit der Interaktionsrate von Reaktion-Streamern und sowas wie mir jetzt beispielsweise. Aber wenn du ein paar Millionen von Amazon in den Hals geworfen bekommst, dann ist das schon die schlauere Entscheidung. Besonders, weil du den Vorteil von Reaktions-Content gar nicht mehr wirklich messen kannst. Aber wann kommt denn jetzt das allererste Hauptvideo online? Am 17. August auf Freebie und am 31. August auf YouTube Julien Bam. Und jetzt mal ein Trommelwirbel für eine weitere große News. Schon nächsten Freitag, den 5.7. starten wir mit einer kleinen Reise auf Freebie. Unsere Kurzfilme Mann im Mond, Akt 1, 2, 3 und Santa und Osterhase landen auf Freebie. Das ist eure Chance, die Plattform schon mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Aber bleibt dran, es wird spannend. Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz darauf, das epischste Finale nun zu Ende zu erzählen. Unsere finale Chance. This is the final Countdown. Also 31. August, da freue ich mich drauf. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das letzte Video war insane. Die nächsten Videos werden insane. Ich finde es gut, dass jemand so viel selbstverletzendes Verhalten hat und trotzdem solche Videos macht, obwohl er sie sehr belastend findet. Also, let's go! Und wenn mich jemand fragt, so Bruder, warum weißt du, dass es so grandios werden wird, dann sage ich so, weil ich weiß, dass es grandios werden wird. Wir haben nicht nur eine unglaubliche Story zu erzählen, sondern wir haben auch ein unglaubliches Team. Wirklich von VFX-Landmasken, Kostümen, Setdressern, Props, Bauern, DOPs, Leuchter, Regie-Arsis, Talente, die auch einfach alle Bock haben. Die uns auch als Autoren und Writern immer wieder begeistern und motivieren mit ihren kreativen Ideen. Ich finde das so geil. Ich bin auch so fucking dankbar einfach, dass wir diese Möglichkeit haben, zusammen zu wachsen, mit unseren Filmen zu wachsen und uns zu entwickeln, gemeinsam. Ey, und auch ganz ehrlich, dass sich auch andere Plattformen mittlerweile für unsere Arbeit interessieren und uns auch neue Möglichkeiten aufmachen. So, was ist das alleine für eine krasse Wertschätzung für unsere Arbeit einfach so. Angefangen mit so einer Canon 7D und einer Taschenlampe und mittlerweile sieht das aber so aus. Angefangen mit John und Vincent, so einer kleinen Wohnung, wo wir nachts auf der Straße verprügelt wurden, wenn wir uns beim Kiosk einen Desperados holen wollten zu diesem Team hier. Ja, das ist Stockfurt, ich kenne keinen einzigen von denen. Und ich versichere euch, wenn ihr das Finale erlebt, ja, und endlich diese ganzen Geheimnisse hinter all den rätselhaften Handlungen entschlüsselt, wird der Anfang vom Mann im Mond in einem völlig neuen Licht erscheinen. Es könnte sogar als eine andere Geschichte wahrgenommen werden. Türen, die wir aufgestoßen haben, werden geschlossen. Fragen, die ihr vielleicht seit Jahren hattet, werden beantwortet. Und das ganze riesige Hauptvideo-Mosaik, ja, wird ein majestätisches Bild hinterlassen, das dem Ende des Julian-Bern-Kanals seine gebührende Vollendung verleiht. Als ob der dann aufhört, der macht einfach weiter Videos. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir dieses Jahr erfolgreich gestaltet haben, dann verspreche ich euch noch drei letzte Hauptvideos an. Nein, Alter. Wir würden uns tatsächlich sehr freuen, euch neue Geschichten erzählen zu dürfen. Irgendwann, irgendwo. Bis dann. So viel hat man jetzt von Geld gar nicht gesehen. Es war eigentlich nur eine Amazon-Werbung. Digga, was soll das? Und jetzt ist das so. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video. Lässt sich nicht anders sagen. Die Hauptvideos von Mann im Mond sind gigakrass. Und ich werde mir sie auf jeden Fall reinziehen. Und dann wird sie entmonetarisiert und geclaimt. Und dann steckt sich Julian Bam ein ganzes Reaction-Geld ein. Ja, wirklich so. Ist immer so. Aber da war es ja. Und jetzt ist es mir so. Vielen Dank.